Am Samstag, am Abend, beginnt der heurige Advent, den wir unter besonders einschränkenden Corona-Bedingungen begehen werden. Und so darf ich Sie herzlich einladen, die Adventkranzsegen aus der Stadt von Kirche Feldbach online mitzufeiern. Diese Adventkranzsegen wird erstmals ausgestrahlt am ersten Adventsamstag um 18 Uhr. Herzliche Einladung zur Mitfeier und allen einen gesegneten Advent.